So, okay. Machen wir weiter. So, okay. Okay, jetzt mal hier. Jetzt mal hier noch. Okay, wir haben hier. Diese Crew, die Dreamkillers hat deine Arbeit verfolgt und will jetzt ein paar Duelle fahren. Leider heißt es entzieht nicht, dass wir sie verdrängen. Sie bezeichnen die Rennen nur als Sparing. Aber hey, du kannst ihnen zumindest einen Dämpfer verpassen. Ich dachte, wir. Die Sache ist die, die Beschlagnahmung meines Wagens ist bei der Polizei nicht dokumentiert. Sie sagen, sie haben ihn nicht. Das ist echt scheiße. Wem sagst du das? Sorry, dies war... Puh, was. Aber wir eigentlich zu schwach sind. Hey, hier ist Dwayne. Falls du interessiert bist, hätte ich jetzt eine echte Herausforderung für dich. Ich glaub, die Strecke wird dir gefallen. Uiuiui. Hm? Oh, eine Wahl. Okay. 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 So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020